Es ist ein wunderbares Rennen, es zählt insgesamt ganz, ganz, ganz viel über die Ziele gefahren worden. Wir haben seit Jahren die beste Ziele überall erreicht. Es gibt einen Kopfhörner in den Uffern. Ich wollte Ihnen noch kurz etwas sagen. Vielleicht müssen Sie jetzt im Gassenamt selber Seitenliste geben. Das nächste Jahr, weil die Arbeitsheilung baut auch selber Seitenliste, hat auch Seitenliste zu verbieten, die man vielleicht auslehnen kann, um an den nächsten Jahren teilzunehmen, wenn es damit nicht möglich ist, einen einzubauen. So, jetzt kommen wir langsam dazu, zu dem Sieger-Erik. Wir kommen hinterher mit der Kiste beim Mellen-Horral, von der Gesamtssitz der Brennen mit der 36-gereichten, mit Lara Müller. Du wirst wiederkommen. Grüße an Paris. Bravo, bravo. Hallo. Sehr gut. Hol, gut. Zeig mal die Bilder und ich sag nicht, wo die verraten sind. Guten Tag. Wer ist meiner? Wer ist meiner? Mama. Mama, Mama! Du hast die Haare zugasse, du hast die Haare zugasse. War mit mir. Mit Colch, Michel, Brüder und Luss und der ganzen Zeit über drei Minuten unter Ressis von Bromberg. Voraena Janss, bitte für den Tor, einen großen Applaus für Voraena. Voraena Janss, bitte für den Tor, einen großen Applaus für Voraena. Jetzt kommt der Zeitpunkt für 3 Minuten und 23 Sekunden italienische Klassiker vom Ferrari, Fahrer von Luis Morvato. Kommt mit der Tür für den großen Applaus. Der Ferrari ist im Rundforden von Neuron Trans mit der Zeitpunkt für 3 Minuten und 23 Sekunden. Grazie a tutti! Das ist ein Fremdvorden. 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 Der Ferrari hat mit fantastischem Adrie. Der hat unsere Räder gehabt. Der hat eine Spazenzeit von 3 Minuten und 15 Sekunden bereitet. Fahrer von Felix John Höfl. Großartes, geht's gut! Auch im Berndi Pagli hat der Alain-De-Gerlis in der Zeitpunkt 3 Minuten lang zu sehen. Unter der Räder für den Klausau wiederführen kommt. Applaus Es hat auch 50-trots-Summaschinen mit 245 Sand, zieht mir einen Tonnenwitz von Nordkaiapel. Applaus Super Spaß! Richtig. 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 Wir haben jetzt hier noch eine Nachfrage gemacht. Wir schaffen X-Ray RV1 mit der Gesamtzeit von 2 Minuten und 42 Sekunden für Mils Michel. Große Marks Applaus. Richtig. 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 Sehr gut. Sehr gut. Der letzte Kiste muss ich zwei Fragen erteilen. Und zwar ist es zwischen Nitro wie dem Fahrer Malte Schwer. Große Marks. Richtig. Bravo. Richtig. 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 Jetzt der ganz Winkler. Nöbeler. Süßigkeit. Röhr. Richtig. 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 Ja, die Richtigse. Richtig. Wir müssen zum temaen questions plus prozess. Wir kommen um bellen, was kommt. Sempre beim ersten drei Rängen bewegen, nämlich wir wollenằgelung. mit einer sensationellen Examenzierung von 1 Minuten 53 Sekunden Legende von der Unterhabe sein und von vorne von Ahron Inhalte ganz, ganz und raus! Jetzt ist der Aram folgt worden oder der folgt worden mit 2 Sekunden im Vorsprung mit 1 Minuten 51 von Darkwinder und der Luca Lutz bitte hören wir einen grossen Applaus für den zweiten Platz! Und jetzt können wir zum ersten Platz das ist für euch heute Abend mit 1 Sekunden Vorsprung schafft es die legendarien unfassbar für Mika Reinitzow auf den ersten Platz grosseren Applaus für Mika Reinitzow nach der Macedon Vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Kiste. Wir haben das erste Mal einen Preis gefunden für diese Kategorie. Es gibt immer eine spezielle Kategorie beim Zeitpunkt der Arbeitszeit. Diesmal ist es ein spezieller Preis und zwar Kriegkiste, die aus einem alten, klassischen Kinderwagen gebaut wurde. Kriegkiste heisst... Wir sind hier bei Deli Pagli. Und hier kommt die Kiste von uns. Ein kleines Set mit 100,500 Meter. Damit wir für nächstes Jahr seine Freunde verbessern können, damit er nicht mehr stürzen muss. Und wir danken euch Toi, 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 Toi von der Freiland für die nächste Show. Bitte viel willkommen! Wir sind hier bei der Küche und das ist in der Küche. Wir sind hier bei der Küche. Wir sind hier bei der Küche und wir sind hier bei der Küche. Das ist der sogenannte Originalitäts-Wettbewerb. Der ist vorne oben von einer Kiste, der bühnend aufgestochen ist, Rafa Adela. Dort wurde ganz, ganz viel Zeit, ganz, ganz viel geblieben investiert. Und man sieht das besonders gut an dieser vorstechenden Karte. Hell und glücklich. Das, was hier ist, Dr. Rafa und Peter der Wettbewerb der Kiste über die Sonne zu präsentieren. Guten Tag, Herr Kollege. Wir haben einen schönen Tag. Guten 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 Tag. Jetzt komme ich von Lanz und höre uns mit Informationen rein. 5, 2, 1. Das Telefilm von Börn. Wir haben die Kinder mit den Feindkindern. 60 Sekunden haben ins Zukunft. Ich möchte noch einmal den Publikum machen. Das für Kinder und Jugendliche. Jetzt noch keine Seitenliste haben. Nächster am Mittwoch, wenn wir alles haben, melden. Wir haben nur eine Seitenliste, wo man auslehnen kann. Wo man noch eine Stunde kommen kann. Ein, zwei, 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 drei Formen werden. Wir mit den Leitern und Leitern zusammen bellen. So, für mich das Wort. Ich wünsche Ihnen 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 das Wort. schwer perks und tweaks. Dass wir Ihnen das Wort. Herr Naml翻ign- stimmend. Ich wünsche Ihnen das Wort. Ich bin ein ähnter dicず Veterans-Name. Den Leiter Ome an euch helfen. Ich rufe mir an euch ihr. Sie rufe wie alle Besuch. Man hat in 1990 Jahre schon die Grundmehrer zu erinnern, und heute ganz größer war es. Das ist ein Bild von Naugmann, das ist ein Bild von einem Jugendmehr. Ein Bild von Naugmann, das ist ein Bild von Naugmann, das ist ein Bild von Naugmann. Aber jetzt werden wir uns? dass wir in diesem Raum sie setzten. Das ist ein Bild von Naugmann. Wir sind in der Nähe, wir sind im Herzen. Wir haben uns in der Nähe. Ich bin im Aufschlömer, und wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Alle Hälfte der Hartz-O-Den sind froh, aber irgendjemand kämpft den Hälfte der Hälfte der Gemeinschaft.